Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass ihr hier da seid. Ich bin euer Sly und ich arbeite dran. I'm working on it. Ich hab hier auch ganz beschissen gestackt zwischen den Dingern. Stand hier durch so, nein, naja, gar nicht. Merken in die Ecke nicht nochmal. Ich könnte jetzt ja noch Equipment benutzen, aber Okay, ich hab nur ein gewisses Zeitfenster. Okay. Okay. Kein Heal benutzt. Energie noch vollständig vorhanden. Mach ich ne Ausweichparty? Ich mach ne Ausweichparty. Okay. 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 da könnte mir als strafe jetzt ja wenigstens herz was jetzt doof weil ich dann trank nehmen muss ich könnte aber easy mit den geckos anfangen die droppen am anfang die sind am anfang nicht ganz so übel und die ersten kommen direkt auf mich zu und da habe ich eine chance dass die mir gleich ein herz mit trocken Hm? Hm? Mhm Ja, komm Mmh Hm Wir sind nicht schnell, das ist okay. Wir sind nicht schnell, das ist okay. Das war es energietechnisch mir wert, weil die Masse dann einfach so groß ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn ich den jetzt calle, also in den letzten Lebensdude, oder? Das war's für heute. Boom, Baby! Na, wer ist jetzt der Daddy? Heal. Brauchst schon Heal. Oh, das ist eine Truhe als Belohnung. Wahrscheinlich, weil ich den Heal nicht benutzt habe, richtig? Du spürst ein Kribbeln. Das ist ein Achievement. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber, oh mein Gott, ist der Lorbeerkranz wie der Held. Kann das sein? Wir hatten doch schon eins, wenn wir uns den Held angeschaut. Und der hätte auch so einen Lorbeerkranz. Was ist das? So, jetzt habe ich alle 6 Oder 7 Oh mein Gott, so komme ich auch über Sachen Endlich Oh, ich habe eine Fähigkeit, die ich so lange gebraucht habe Oh mein Gott Überspringen, jetzt kann ich warpen Das ist noch viel besser als jemals erwartet Where the fuck I am? Da unten What? Ach, ich bin sonst hier nicht weitergekommen, oder was? Ah, ja, ich bin da sonst nicht weitergekommen Ruhe Natürlich musste hier irgendwas sein Warum sollten sie mich da auch einfach so lassen Ich meine, es gab da was We all know what we gonna do Oh Gott, das geht's, baby Jetzt kann ich die Dinger mir alle holen Oh mein Gott, ich habe ein zusätzliches Und ich muss jetzt in jedes Helden Grab und das nochmal abzuholen Smart Spiel Smart, I like Ja, es wäre einfach Es wäre schön gewesen, wenn es jetzt ein Porter mehr gegeben hätte Aber hey I respect that shit Oh mein Gott You calling me Ich kann jetzt hier links und rechts springen Lustig, tralala, wie ich will Ha 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 Hm, was kann ich denn jetzt hier? Also ich weiß, dass hier irgendwo noch eine Truhe war. Aber ich kann damit nicht anfangen, oder? Ich muss sagen, ich hänge doch jetzt hier fest. Das ist doch jetzt kontraproduktiv. Die Ausdauer erstmal, die harte Marsch. Okay, was kann ich hier für tolle Dinge? Ich habe ein paar Dinge gesehen, die ich fonte mal. Oh, guck mal. Nützt es mir gerade aktuell etwas? Nö, überhaupt nicht. Funny, dass ich es kann, aber und nu? Oder bin ich doof und sehe den Weg einfach nicht? Ich meine, ich kriege eine Fähigkeit, oder komme ich hier nicht schneller raus? Da muss ich doch jetzt Fähigkeiten für geben, dass ich damit irgendwas anfangen kann. Okay. Wenn einer was sieht von euch, bitte meldet euch mal, denn ich sehe es nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich komme da jetzt irgendwo höher oder mit sonst was hin. Oh. Oh mein Gott, hier ist eine Kiste versteckt. Just saying, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Voll cool, dass ich das jetzt hier kann. Ja, aber keine fucking Idee, wie ich hier rauskomme. Ich meine, davor war ich ja hier und habe hier festgestanden. Und nu? Hier komme ich nicht weiter. Hä? 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 Da muss es einen Weg geben, den ich nicht sehe. Die Dreiebene zerballert mir alles irgendwie. Ist es hier im Heldenbereich, dass ich da nicht hinkomme? Nee, oder? Aber das wäre jetzt zu funny, wenn es der Weg gewesen wäre, dass ich darüber hätte rausgehen müssen. Ich meine, das ergibt Sinn, dass ich jetzt die Heldengräber aufsuchen muss. Das ergibt Sinn. Aber wie komme ich da runter? Wie komme ich da runter? Da komme ich nicht weiter. Okay. Ich muss irgendetwas anscheinend übersehen. Ich hätte jetzt verboten, dass ich zum Eingang zurück muss, weil ich ja von da oder so gekommen bin. Ne, gerade weil ein hier der Weg ja nochmal so fast förmlich. Ah. Interessant. Leute, sieht da einer was, was ich nicht sehe? Von meiner Logik hier war das jetzt auch so. Ich gehe hier runter, weißt du. Aber ich kann hier auch nicht ran. Oh mein Gott, hier. Mhm. Gott, spiel ich hasse hier manchmal so sehr, ne? Ich weiß, dass ich hier oben eine Seite habe und ich weiß, dass hier oben nochmal ein Weg ist. Oh Gott. Uh. Wir standen so alleine. Ah, sie hat ein Schwert. Datenverwaltung. Mhm. Warum sollte ich das denn löschen? Also die Seite ist jetzt für mich nicht so geil. Guck mal. Ah, da konnte ich runter gehen. Witzboll, ey. Nee, was hat das mit dieser Blume auf sich? Irgendwer meinte letztens, dass das vielleicht so ein Weg ist, der hier mir eingegärbelt wird, wie ich mich verhalten muss. Ich weiß gar nicht, wer war dir das denn? Irgendwer hatte das. Meinte, er hat die Lösung dafür, dass das irgendwie so ein Rauf-runter ist. Ich war auch kurz überlegen, ob 1, 1. Also, wenn das der Startpunkt ist, hoch. Rechts, runter. Also, dass das mit 1, 2, 3 zu tun hat. Aber ich bin da noch nicht smart genug. Ich verstehe das Ding hier gerade nicht. Hm. Also, hier gibt es irgendwie noch eine riesige Lösung. Irgendwer hatte die. Ich weiß noch nicht mehr, wer. Weil die würde ich mir, ich würde jetzt nicht sagen, geben lassen, aber... ...wäre schon sehr interessiert. Hm. Schau an, hier. Wege, die ich schon tausendmal gesehen habe, aber bis dahin hingekommen bin. Sehr schön. Ich sollte mich mal gerade auf die Karte konzentrieren, wo ich eigentlich bin. Denn eigentlich möchte ich ja, glaube ich, hier... Warte mal, ich bin jetzt da hinten links. Eigentlich wollte ich da oben hin, weil... ...es da Seiten gibt. Und momentan haben Seiten für mich tatsächlich die höchste Prio. Ich muss mal gerade schauen. Äh, Moment. Da muss ich doch hinkommen. Ah, okay. Für das echt nice. Hm, kein Problem. Da komme ich schon irgendwie dran. Wo war's da? Ich wäre gelacht, wenn ich da nicht hinkommen würde. So, ich glaube, hier vorne war... Genau, hier war so eine Seite. Hm. Nice, eine Seite mehr. Uh. Early. Oh, das ist keine Early-Seite. Level 3, normal. Geist, hast du kaum was? LP? Fragezeichen. Okay, und hier wird mir... Ah, guck mal, hier kriege ich ein bisschen Update. Nice. Hier wird mir verraten, wie ich die Tür noch aufmache. Super spät, aber immerhin. Aber ich bin ja Gott sei Dank early draufgekommen. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.